Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cuts for Style. Mein Name ist Billy Kahn und heute begrüße ich euch auf ersten Tuning Charity Day hier an der Ems Land Arena in Lingen an der Ems. Ja, wie ihr der Name schon sagt, ist das Event heute für einen guten Track natürlich markenhoffen. Zum Teil hört ihr sogar die Fahrzeuge gerade hier im Hintergrund, die jetzt gleich auffahren oder hier wegfahren. Ich will euch nicht lange auf die Folter schweinen. Wenn das Video euch gefällt, liked halt, kommentiert das Video und vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr immer auf dem Laufenden Stand sein wollt. Vielen lieben Dank. 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 Vielen lieben Dank.